Ein Apfel, der wirklich reif ist, der geht ganz einfach vom Baum. Wir können das mal hier ein bisschen probieren. Man legt dann die Hand unten drunter und guckt, ob die schon abgehen. Wenn der noch nicht abgeht, der geht zum Beispiel wunderbar ab. Und dann sieht man hier, der Stiel ist auch noch am Apfel dran und der bildet dann so eine Art Trenngewebe aus. Und erst wenn das ausgebildet ist, ist der Apfel also wirklich reif.